Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Ich werde heute ein Faceway Tutorial für euch machen, wie ihr Faceway ganz einfach lernen könnt. Und let's go! Okay, ich bin jetzt in der Map, die wir dafür brauchen. Also ihr könnt jeder Map dafür benutzen. Ich benutze BHE. Da habe ich auch so gelernt. Also das erste, was ihr können müsst, sind Double Edits. Wie ich die gelernt habe, also das ist eine ganz einfache Methode, die zu lernen, baut einfach das. Eine Treffer, ein Boden, dann eine Pyramie. Dann habe ich es so gelernt, dass ihr einfach drauf losläuft und dann halt Double Edits formiert. Ich kann die jetzt natürlich schon, wenn ihr sie noch nicht könnt. Dann könnt ihr sie so ganz easy lernen. Nächster Schritt, was ihr machen könnt, ist die Double Edits auf ein bisschen höheres Level zu bringen. Ihr baut einfach ein bisschen hoch und dann während ihr läuft, macht ihr die Double Edits. Okay, ich habe jetzt schon Faceway komplett gebaut, aber egal. Dann macht ihr halt die Double Edits. Und wenn ihr das dann wirklich gut flüssig könnt, könnt ihr zum Faceway rüber machen. Könnt ihr jetzt Faceway machen? Dann dafür müsst ihr einfach das, was ich euch gerade gezeigt habe, machen. Einen Boden platzieren und eine Treppe. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr nur noch den Boden editieren und ihr habt Faceway gelernt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und etwas weiter geholfen, falls ihr noch keinen Faceway könnt. Und ich würde sagen, ciao!